Hallo, hier ist Sonja und heute spielen wir quasi Fortnite, nur in Roblox und zusammen mit Tim Jobs, der ja bekennender Fortnite-Fan und Experte ist. Ist das korrekt? Ja, ich mach mich jetzt hier an einen Typen dran, den töte ich jetzt so. Okay, das finde ich gut. Man kann leider nicht schneller laufen, als wenn man aktuell läuft. Das ist der Typ, der hat sich das gekauft. Der hat sich das ein Skin gekauft. Oh nein. Nein. Oh nein. Ja, also wir sind skinlos. Oh Gott. Ich sehe hier keine Gegner. Oder unten ist einer. Da unten ist einer. Ich bin in Team Rot. Das heißt, ich will die aus Team Blau töten. Ich sehe keinen aus Team Blau. Bist du nicht Team Rot? Doch. Nee, Team Rot ist das Gun-Game. Das heißt, du musst jemanden töten. Achso, ich muss auch alle töten. Achso. Ah. Oh no. Interessant. Okay, da habe ich nur meinen ersten getötet. Oh nein, da wurde ich schon getötet. Interessant, interessant. Hauptsache, er ist einer netto. Wenn man stirbt, kann man einfach deployen und dann startet man mit der Waffe, die man als letztes hatte. Interessant. Okay, es gibt verschiedene Modi. Richtig. Ich sehe. Jetzt wurde ich... Jetzt wurde ich... Oh nein, ich wollte mir den Kill schnappen. Oh, ich habe mir den Kill geschnappt. Äh, warte. Wir sind nicht in einem Team, oder? Oh mein Gott, ich bin so ein Biest. Ja, das... Die Leute sind richtig schlecht. Ich bin... Ich habe gerade... Keine Ahnung. Zwei Leute getötet. Okay, ich bin wieder tot. Deploy. Aber das ist nicht schlimm. Ich habe jetzt die Deagle. Ich baue nicht gerne. Ich habe nämlich nie gelernt, wie man baut, weil ich nie Fortnite gespielt habe. Deswegen weiß ich nicht, wie das... Oh. Bitte, bitte, bitte. Der ist ein Netto-Typ, der tötet mich die ganze Zeit. Okay, so. Habe ich ihn gerade getötet? Ich bin doch nicht. Äh, warte. Der ist direkt vor mir. Ich kann ihn töten. Ich habe ihn getötet. Jetzt habe ich eine andere Waffe. Ja, los. Ronja, du kriegst du hin. Ja, 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 ja. Oh, hör auf zu bauen, du blöder, doofer Idiot. Kannst du sterben, bitte? Danke, hallo. Der hat mich getötet. Netto schon wieder. Jo, ho, ho. Ich habe eben die ganze Zeit getötet. Können wir teamen auf Netto, please? Bitte, bitte. Oh mein Gott. Ja, ja. Oh, lol, Alter. Ich geh gerade richtig ab. Wenn irgendwen... Oh, ja. Ich habe Karnis cool gekillt. Ah! Ich bin durch die Map gefa... Durch die Map. Okay. Okay, ich habe 700 Holz, aber ich baue nicht. Ich muss nämlich nicht bauen. Hab ich nicht mehr lang geschossen, aber ich weiß nicht von wo. Ich, ah, das bist du, Ronja. Hallo, Ronja. Wo bist du? Ich bin jetzt so irgendwie nach Raketenwerfer. Okay, okay. Ich finde es nervig, dass man nicht rennen kann, aber das ist in Ordnung. So, wir suchen jetzt unseren Freund der Sonne. Ja, ich sehe es. Warte, ich versuche... Du hast den Sniper, oder? Warte. Den haben wir, den haben wir, den haben wir. Nice! Sebi goes on training. Ist egal, wir sind ein Team. Hier, den haben wir. Das ist Netto, das ist Netto, 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 Netto! Kill ihn, kill ihn, kill ihn, kill ihn, kill ihn! Ich habe den gerade einen richtigen Headshot gedrückt. Top, du musst Netto killen. Das ist wichtig. Ja, ich werde von allen Seiten abgeballert. Oh Gott. Oh nein, der baut. Hör auf zu bauen. Ist das Netto? Ist das Netto? Ist das Netto? Ich kann ihn nicht erwischen. Ich habe gerade Kinguini. Kingu-Ingi. Kingu-Ingi. Kingu-L-G. Ist der Progress-Balken oben rechts, wie weit man schon ist, im Waffen-Prozent-Ding? Ja, ich glaube, ich bin der Beste gerade, oder? Sieht man das nur sich selber. Ich sehe nur dich und mich. Oh! Oh! Kingu-Ingi. Oh nein, oh nein. Hier ist eine Raketenwerfer. Kababa hat auch so einen Hut. Nein, das sind die Bösen. Die mit Hut sind die Bösen. Ich kriege nur Shotguns. Die ganze Zeit. Kingu-Ingi. 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 Was? Was sagt man da jetzt? Ja. Keine Ahnung. Mysteriös. Wie ist das hier passiert? Ich sehe gerade keinen. Oh doch, hier ist jemand mit einem Raketenwerfer. Ich halte auch gerne einen Raketenwerfer. Ja, du musst mich freischalten. Oh, mein Gott. Oh, warte, isst du. Nein, nein. Aha, aha, aha. Ich bin daher absolut inkompetent mit der Shotgun. Ich glaube, wir müssen zusammenarbeiten. Was zur Hölle ist das denn? Ich will keine Robux kaufen. Danke für nichts. spielen. So, hier hat jemand eine richtige Burg aufgebaut. Oh, nein. Ich glaube, es ist wichtig. Oh, die bauen die ganze Zeit, das ist voll anstrengend. Ich als Person, die das abstößt. Oh, ich hatte den fast. Ja, Groth, ich hatte dich fast. Wie gewinnt man? Du hast gewonnen. Warte, wie bin ich in der Leiste? Ich sehe es nicht, weil dein Warpath mir unbedingt gemarketet werden möchte. Nee, 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 du bist auf dem Zehnten bist du, müsstest du sein. Ungefähr so. Aber es gibt verschiedene Modis. Es gibt verschiedene Modis, da kannst du, warte mal, gleich müssen wir, glaube ich, so Capture the Flag oder so. Oh, okay. Oh, es gibt drei Quests. Nee, es gibt Quests. Ich muss drei Fallentötungen machen und zehn Shotgun-Kills. Das heißt, ich wähle jetzt meine Shotgun und sterbe. Und dann von Kinguinen auch noch. Das gibt es doch nicht. Oh, lolololololo. Bei mir ist er noch. Was ist das jetzt? Was ist das jetzt für ein Modus, Topps? Äh, FFA. Ich habe keine Ahnung, was FFA ist. Free for all. Free for all, okay. Keine Ahnung, das stimmt. Das stimmt nicht, aber So, ich finde das realistische Türengeräusch sehr schön. Kann man sich selber in die Tiefe stürzen. Muss ich da aufpassen. Bin eben durch die Map gepeilen. Alles klar, man kann sich selber in die Tiefe stürzen. Ist noch ein bisschen ausbaufähig, der Modus, aber... Ja, der Modus ist schon... Also, wenn man rennen könnte, ja, wäre es vielleicht ein guter Modus. Dann könnte man nämlich... Schneller vorankommen. Schneller vorankommen. Es ist sehr frustrierend. Man ist so langsam. Und der Charakter bewegt sich so dämlich. Ich mache jetzt meine drei Shotgun-Kills. Ne, zehn muss ich machen. Was? Machst du deine Quest, nicht? Was hast du für eine Quest? Ach, so? Im Main-Menü, wenn du tot bist, dann hast du so Quests, die du machen kannst, damit du... Der besteste... Ich weiß nicht, ob du das Ging freischaltest. Du bist einfach nur der beste... Wie heißt der Spielmodus? Einfach Fortnite-Roblox-Spieler aller Zeiten. Ne, ich glaube, das heißt irgendwie anders. Das ist netto. Ich habe hier einen epischen... Oh, sch... Mein Blaster. Das ist netto. Das ist netto. Jetzt kriege ich meine Rache. Und dann war ich tot. Bam. Das Problem war, ich wurde nicht mal von netto getötet, sondern von Kinguinen. Ne, von Kinguin-Li. Uff. Ich glaube, ich glaube, das ist so irgendwie einfach nur... Ey, du schießt mich durch die Tür ab. Das ist doch... Netto! Schon wieder! Das ist mein Nemesis. Ich glaube, ihr habt irgendwie jedes Mal irgendwie einen Typen, den sie einfach... Abgrundschiff hasse. Ja, ich logge die Leute an. Das ist wie bei dir ein Masterbild, dass du nur mit speziellen Teamkameraden gematcht wirst. Oh, Lord. Da ist mir gerade einer richtig schön reingerannt. Ah, ich glaube, der Modus ist vorbei, oder? Keine Ahnung. Ey, ich bin Zweiter. Du bist schon wieder Zweiter. Ich bin gar nicht in der Besten, dir das ist so schlecht, bin ich. Ich bin Erster, also... Doch, ich bin Letzter. Ja gut, aber... Ich weiß nicht, ein Kill. Ich finde, das ist gar nicht so schlecht, finde ich zumindest. Ja, und jetzt ist gerade Pause, und jetzt kommt CTF. Capture the flag. Capture the flag, okay, okay. Dann capturen wir noch the flag. Ja, was bist du für... Ich bin blau. Team. Äh, ich bin... Ich bin rot, glaube ich. Oh, wir kommen in die selbe Team. Ich weiß auch nicht, wie man irgendwie... Warum können die so fliegen? Äh... Ja, da... Die hacken doch. Ne, 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 ne. Es ist so, ich glaube, dass du kannst irgendwie so freischalten. Das ist so ein... Gibt es bei Fortnite auch so, so ein Jumppad ist das dann. Oh, oh, äh, nein, die wollen sich... Die wollen sich unsere Flagge crepen. Wie baut man diese Fallen? Okay, kannst du mir das erklären? Äh, äh, drei, siehst du unten rechts. Ja, ja, aber bei drei passiert nichts. Äh, ne, hast du da keine spitzen Fallen? Bei drei habe ich... Doch, doch, aber da bau... Äh, da wähle ich meine Waffe aus, meine dritte. Äh... Achso, warte mal. Ich weiß nicht genau, wie du die auswählst. Aber es ist auf drei gelegt, aus irgendeinem Grund. Ne, ich glaube, das ist die Anzahl, die du hast. Ah, okay. Und dann... Da steht aber keine Belegung dabei. Uff, interesting. Okay, ich gehe jetzt zu Flagge B, okay? Ja. Mit meinen Buddies, Fox Leopard 2nd, King Wingley und Ganker. Kannst du mir sagen, wo du genau bist? Äh, ich gehe auf den B-Punkt zu. Ah, okay. Oh, hier ist wer. Oh, oh. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ich habe Jaggeroth gekillt. Ich kämpfe nur mit der Shotgun. Die Shotgun ist meine Waffe. Die sind so schlecht. Oh mein Gott, ich bin so ein Gott. Oh, yeah. Oh mein Gott. Aber pass auf, bei mir kommt es nicht dabei, ne? Sind insane. Nein, sind sie nicht. Aber sie sind existent und das ist gut, damit ich meine Quest kriege. Das ist wichtig. Okay, ich capture weiter the Flag. Bam! Nächster! Okay. Das ist in Ordnung. Ich habe jetzt schon 6 Shotgun-Kills. Jetzt wurde ich aber leider von Jonas und Justin gekillt. Jedenfalls ist das der Name. Das ist dem sein Problem? Da schießt die ganze Zeit einer einfach auf mich. Oh. Warum macht er das denn? Das ist ein Teamkamerad. Oh, okay. Was ziehst du für Teamkameraden an? Hm? Keine Ahnung. Meine Teamkameraden bauen die ganze Zeit diese Querwände auf die Brücke, damit wir nicht weiterlaufen können. Nee, nee, nee. Du kannst gerade vorbeilaufen. Ja, aber nur knapp. Es ist nicht viel Platz. Okay. Oh nein. Oh nein. Er hat Raketen, wir fördern was auch immer. Oh nein. Wer ist das? Was? Man muss immer so lange laufen. Oh, topst du, dass mich killt. Ja, das ist halt, das tut mir leid, Ronja, aber das finde ich schon enttäuschend. War never changes, ne? War never changes. Batsch. Zeig, Kleiner. Die zerreißen die gerade in der Luft, die, Ronja, ne? Musst ihr euch ja anstrengen. Ja. Weißt du, ich mache jetzt so einen One-Man-Army hier, pushen und sowas. Du kannst außerdem an den Seiten vorbeilaufen. Jetzt auf so einer wackeligen Brücke hier über den... Oh, die wurde selber gebaut. Über den... Abhallen. Okay, ich bin weiterhin... Oh, Richtung... Oh, was die ja für Gerüste gebaut haben. Nein, 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 nein. Wow. Wow, die können einen einkerkern und dann... Einkerkern. Okay, warte, ich habe hier... Ich habe hier... Nein! Oh Gott. Ich sehe Ronja, Ronja, was... verliert, kam langsam so einen Rausch, kommt so einen Rausch rein und so... Ja! Fortnite! Fortnite! Ja, top, sollen wir dann nachher Runde Fortnite spielen? Genau. Runde Fortnite! Ah, Baby! Nein! Hallo Ronja, habe ich dich gerade getötet eben? Nein, nur eine Katze. Ach so. Will an meinem Hals nuckeln. Ach, du hast Buki gesagt, ich habe... Ich habe Baby gesagt, aber es ist das Gleiche. Okay, der Nuckel hält er in meinem Hals. I don't care. Ja. Ah! Aber nicht kratzen. So. Ich bin low. Ich bin um dich gefallen. Oh, Leute. Okay, chill dein Leben, Buki. Ja, den Kingu komischen, den komischen Kingu habe ich gekriegt. Und so. Easy. Ja, Kingu in Lee. Hast du gekriegt? Ja, das ist dein Mate. Das ist gut. Ja, ich hasse den. Auch wenn er dein Mate ist, also. Er hat mich im vorherigen Spiel... Ich bin nachtragen, Tops. Okay? Er hat mich im vorherigen Spielmodus mehrfach getötet. Ich finde keine Gegner. Oh doch, Ganka. Ah ne, Ganka ist mein Mate. Du musst ja auch noch... Du musst ja auch zu dem Punkt gehen, ne? Ich versuche zum Punkt zu gehen, aber ich habe hier einen Kampf mit der Brücke, weil da geht es viel hoch und runter. Ich könnte jetzt so sneaky peeky machen, Leute. Das ist wie so eine Achterbahn. Der Hauptsache heißt er einfach Jonas und Justin. Ja, eben. Jonas und Justin haben mich vorhin auch gekillt. Guck mal, der will die drei Fragezeichen sein. Echt? Heißen die so? Ne, aber da gibt es Justus und Jonas. Sonst ist es ja ähnlich. Ach so. Also ne, Justus Jonas heißt er. Das fand ich immer witzig, weil mein Bruder Justus heißt. The blue flag has been stolen. Das ist nicht gut. Ich bin im blauen Team. Nein, wir verlieren. Oh, alles gut. Die blaue Flagge wurde wieder recovered. Ja, aber das wird nicht lange so bleiben, Ronja. Wo ist der Punkt? Ich finde den Punkt nicht. Hier ist der Punkt. Ich will die Flagge klauen. Warte mal, habe ich eine Sniper? Hier ist, glaube ich, eine AFKler, die ich gerade gekillt habe. Ist auch immer wichtig. Ja, der stand einfach da. Ich habe die Flagge. Ich habe die Flagge, Tops. Ich habe die rote Flagge. Wo muss ich damit hin? Du musst zum blauen Punkt gehen. Wo ist der blaue Punkt? Das ist zu deinem Team-Punkt zurück. Okay, ich gehe zu meinem Team-Punkt zurück. Hallo, Ronja. Nein, Tops. Geh weg, 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 geh weg. Verzieh dich. Wer dir? Lass es halt. Team! Wo ist mein Team? Mein Team macht gar nichts, außer die Brücke zuzubauen. Das ist wirklich so. Mein Team ist ein Haufen Idioten. Mein Team hält mich zurück, Tops. Ja. Es ist so. Ich hatte die Flagge. Ich wollte runterspringen und jetzt nicht so. Ich werde auch noch angeraschen. Nein, 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 nein. Ich bin tot. Von Jagroth. Jagroth ist mein neuer Nemesis. Guck mal, die bauen nur die Brücke zu. Was heißt, warte mal, die Runde ist gleich vorbei, so in zwei Minuten. Auf wen wettest du denn auf Team Tops oder Team Runde? Wer ist, denkst du, ist stärker? Um ganz ehrlich zu sein, meine Teammates sind alles Idioten. Und ich glaube nicht, dass wir hier noch gewinnen können. Ich werde die ganze Zeit gekillt von Jagroth. Warum? Finde ich nicht gut. Ich hatte immerhin die Flagge, okay? Es war ein Mini-Erfolgs-Erlebnis für mich. Es war schön. Ich werde einfach in der Luft genommen und zerrissen. Ja? Ja. Okay. Ja, ich auch, ich auch von Jagroth, aber... Okay, ich bin wieder auf dem Weg. Kein Mensch... Der Beste vor mir, der Beste vor mir. Also das heißt, ich bin der Zweitbeste, also... Oh, okay, Mr. Wo sieht man das denn? Hallo, Ronja! Du, Rops, ich wollte die Flagge fangen. Jetzt muss ich wieder 10 Kilometer laufen, bis ich da bin. Ach, Ronja, das kriegst du hin. Bau dich einfach rüber, ich helfe dir sogar. Ich kann mich nicht... Du hilfst mir überhaupt nicht, ich hasse dich. Ich helfe dir gerne, Ronja. Ich camp jetzt bei unserer Flagge, damit wir wenigstens das Spiel nicht verlieren, wenn wir schon nicht gewinnen können. Ich mein, irgendwo muss man ja auch da. Ah! Was? Okay. Ja, komm, diese... Es kommt aber auch einfach keiner zu uns. Ich glaub, ich ändere meine Strategie und geh wieder Richtung rote Flagge. Ah, das ist richtig so. Das machst du gut, so, Ronja. Danke, ich weiß, ich bin ein Genie. Junge... Nee, was für eine Range hat dieses... Lol, ich hab ihn am wenigsten erwischt. Oh, da unten ist wer. Oh nein, nicht mehr der Shotgun, nicht mehr der Shotgun. Ich nehm die... Ist das eine... ABP. Oh nein, er ist schon tot. Ich bin jetzt der Sniper von oben, okay? Weil so hoch kann keiner schießen. Oh mein Gott. Dieser eine Typ, es gibt einen Typen in deinem Team, der hat einfach die ganze Zeit so eine doofe, so eine dreckige Schroßflinte. Damit kommt er die ganze Zeit an. Oh, das dauert lange, bis die Kugeln fließen. Oh, ich hab die ganze Zeit auch ne... Bis die Kugeln fließen. Fliegen. Fließen, du hast eher fließen gesagt, Ronja. Aber meinte ich nicht. Ich meinte fliegen. Bis die Kugeln fließen. Ich meinte das nicht. Hallo, fliegen. Ja. Denk doch mal nach. Wo ist der denn jetzt? Ich wollte jetzt hier fröhlich sniperen, aber die Kugeln fliegen so langsam. Und jetzt bin ich... Oh, oh, oh. Ah, nee, Spielmodus ist vorbei. Okay, keine Ahnung. Ein unentschieden. Ein faires Unentschieden. Kommt noch ein Rating nach den Spielern, oder? Äh, ich weiß nicht genau. Okay. Gut. Naja, gut. Das war's dann aber auch mit dieser Folge Fortnite-Modus mit Schumler-Leuten. Roblox! Roblox! Nee, Fortnite... Nee, warte mal. Fortnite in Roblox. Fortnite in Roblox. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr selber große Fortnite in Roblox oder Fortnite oder Roblox-Fans seid, dann könnt ihr das sehr gerne machen. Oder weil ich es allgemeine Fans sage. Allgemeine Fans. Einfach... Ja, seid ihr Fan davon, wenn es am Sonntag regnet, dann lasst einfach einen Daumen nach oben. Ja, aber wenn der... Guck mal, wenn jetzt einer sagt, er ist Fan davon, dann soll er trotzdem den Daumen nach oben gehen, oder? Das finde ich gut. Ja, da hat der Tops recht. Okay. Dann hört's auf die weißen Worte und, äh, mal als Kind bis zum nächsten Mal. Ciao!